Dies sind die Aufzeichnungen von neun Mitgliedern der Majestic 12 Erschuldungsgruppe, welche in einem Haus leben, das von einem japanischen Gebäudeplan entwickelt wurde. Ihr Unternehmen war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aber was wird alles passieren? Entfahren Sie es in der heutigen Folge. Fiffino! Korrel! Kulé! Kulé! Beden? Korvornay! Ehe! Uuuu! Oh! Eww! Mushwuno! Heart of the Blue Heart of the Heart Heart of the Heart Heart of the Heart Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020